Ja, hallo ihr lieben Christian Schoenmeyer, Partner, Beziehungscoach, Sprungpsychologe und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Wenn du das hier als Podcast hörst, lass mir auch gerne mal eine Podcast-Bewertung da, vielleicht bei Apple Podcasts oder Spotify, auch mal ganz nice. Heute mal Belgien hier. Ja, ich habe eine krasse Story eben gesehen auf TikTok und das hat mich ja zu diesem Video inspiriert, dass dir deine Beziehungen zeigen, wo du gerade stehst, ohne jede Wertung irgendwie und kein Zufall sind so. Und zwar, also ja, wenn ich manchmal langweilig ist, dann scrolle ich mich auch mal durch TikTok und da gibt es so eine, wer weiß, ist es auch egal, so eine Coach für Männer, amerikanische und die ist richtig gut. Wie das dann so ist, wenn man sowas mal guckt, dann kriegt man immer wieder eine Timeline gespült und berät offensichtlich Männer und ich finde, die sagt echt gute Sachen, wie Männer in toxische Beziehungen kommen, worum Männer daran arbeiten können, was Männer vielleicht falsch machen, dass sie in toxische Beziehungen kommen und dann sehe ich doch heute ein Video, wo sie sagt, Tag zwei nach meiner toxischen Trennung, wo sich dann rausstellt, dass sie selber in einer toxischen Beziehung war, seit, ja, ist eigentlich, mein Verzweiflungslachen, sorry, ist eigentlich lustig, seit zwei Jahren und beschreibt dann so, ja, diesen ganzen, was wir alles besprechen, Future Faking, Gaslighting, dass sie fast ihr Haus verloren hätte, also alles so Anzeichen von einer toxischen Beziehung und nicht, dass das jetzt, ähm, keiner von uns ist perfekt, alles mögliche kann passieren, aber ich habe so gedacht, naja, du kannst, machst tollen Content, so, aber letztlich, wenn du, ich mag jetzt nicht sagen, wenn du jemanden datest, du kennst den nicht und ein Date geht schief oder drei Dates gehen schief, aber wenn du zwei Jahre mit jemandem zusammen warst und dir passiert sowas, dann sagt dir das, wo du stehst, also, dann, was auch immer, ich kenne die, ich kenne die natürlich jetzt nicht näher, also, vielleicht heißt das, dass du deine Ego nicht im Griff hast, so, dass du nur, weil jemand, das sagen mir immer wieder, Leute, übrigens, danke nochmal für alle, die in München waren bei der Lesung, war ja richtig cool, auch wieder ganz viel positives Feedback gekriegt und, äh, aber wieder Leute gesagt, mach die fucking Kurse, ich kann es euch auch nochmal sagen, wirklich, geht die extra Meile, ähm, weil, was man hier auch wieder sehen konnte, ist, äh, wenn du das zwei Jahre mitmachst und Future Awakening kann man früher erkennen, nach zwei, als nach zwei Jahren, dann könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt und, und schon, schon dabei bist irgendwie, dein Haus zu verlieren oder auf der Straße zu sitzen und du da nicht früher rauskommst und dann, genau, die ist dann erst rausgekommen, als klar wurde, äh, er hat sie x-fach betrogen irgendwie, dann weißt du, wo du stehst, ich meine, das ist wieder, ich weiß, ich triggere mal viele Leute mit meinen Videos auch, weil ich immer den Ball zurückspiele, weil ich nicht nur sage, das ist nicht immer nur, dass Mami und Papi schuld sind oder dein irres Kind oder die Männer oder die Frauen, äh, natürlich bist du nicht schuld, wenn dich jemand scheiße behandelt, ne, das muss man ganz klar sagen, aber wenn du zwei Jahre oder auch drei oder vier oder zehn Jahre in so einer Beziehung bleibst, äh, dann hat das auch aus deiner Sicht einen Grund, warum du das machst, also einen Grund, warum man nicht die Grenzen setzt, die man setzen sollte und entweder ist es das Ego, weil du denkst, das ist die letzte Cola vor der Wüste irgendwie oder du hast Angst vorm Alleinsein oder du hast dich über deine Grenzen noch nie Gedanken gemacht oder du hast es nie gelernt, Grenzen zu setzen, ähm, oder bist zu faul, was weiß ich, da was zu ändern, ähm, aber es ist nicht nur der andere, das, was ich immer wieder sage, äh, man hat nie eine Schuld, was der andere macht so, ne, aber, ähm, wenn man trotzdem drin bleibt, obwohl man scheiße behandelt wird, dann siehst du, wo du stehst, ne, ich meine, es ist, wie es ist, ich finde, das ist die harte Realität, also ich, bei mir hat das auch, äh, länger gedauert, als ich gedacht hätte und, ähm, klar, man kann immer Gründe finden, warum man wieder irgendwie eine blöde Beziehung gehabt hat oder so und natürlich gibt es auch immer ein neues Level, wir sind ja auch nie fertig, ne, es gibt immer ein neues Level und es ist auch überhaupt nicht schlimm, du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du willst, aber, ähm, ähm, wenn du jetzt, wie sie ja scheinbar, irgendwas verstanden hast im Kopf, so, ne, du hast irgendwas verstanden im Kopf und du kannst es auch anderen beibringen, das ist ja auch alles super, alles wunderbar, das sollst du ja auch machen, ne, ich wünsche dir Erfolg und alles, ne, das ist überhaupt nicht, äh, jetzt, wie gesagt, ich sage ja gar nicht, wer das ist, kennt wahrscheinlich jemand, ähm, kannst du alles machen, aber wenn du dann so eine Beziehung hinlegst, dann weißt du, wo du dran zu arbeiten hast, ne, also, das ist so, ne, das und das ist dann nicht, Mami ist schuld, Papi ist schuld oder, äh, ja, vielleicht ist der Typ meinetwegen, ist da ein bisschen, natürlich, wenn der fremd geht, ist er daran schuld, klar, aber dass du so lange drin geblieben bist, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, das ist, ah, jetzt kommt Juli wieder, genau, das ist, ähm, eine Reflexion von den Wahlen, du dir triffst, von den Grenzen, die du setzt, weil, ich meine, klar, vielleicht hat sie nicht gemerkt, dass er fremd gegangen ist, aber offensichtlich ist ja eine ganze Menge schiefgelaufen in zwei Jahren, was ich jetzt nur aus dem einen TikTok schon rausgehört habe, von den Grenzen, die du setzt oder eben nicht setzt, äh, von dem Platz, den du dein Ego gibst oder eben nicht gibst, von dem Platz, den du deiner Dramasucht gibst oder eben nicht gibst, und, ähm, ja, jetzt könnte man ja denken, sie als Männercoach könnte erkennen, was ein guter Mann ist, aber so einfach ist es eben nicht, ne, wenn du dein Ego nicht im Griff hast und, äh, weiß nicht, ich schreibe dir irgendwie jemand an, der supergut aussieht, dann denkst du, oh, so einen superguten Mann, den nehme ich jetzt und am Anfang sind immer alle nett und dann, äh, guckst du über alle Grenzen hinweg, hast vielleicht nicht genug in deiner Trennungskompetenz erarbeitet, äh, wie gesagt, und ich glaube, es ist ganz häufig wirklich das Ego, ne, das Ego, was so festhängt, der muss es jetzt sein oder die muss es jetzt sein, dann weißt du, wo du stehst, wo du noch dran arbeiten kannst, also, jede Beziehung ist, ähm, eine Botschaft von Universum, wo du gerade stehst und wie gesagt, das ist, vielleicht sind wir ja zigfach auf der Erde und wie gesagt, ich bin überzeugt, man kann sich da so viel Zeit entlassen, wie man will, aber man kann nicht sagen, es ist nur Pech, dass mir das jetzt passiert ist, also nicht bei zwei Jahren, triggert wahrscheinlich jetzt wieder irgendjemand, aber das ist nicht nur Pech, es sind die Wahlen, die man getroffen hat und da muss man, ist glaube ich für den liebesche Weg, ist Selbstverantwortung, wie gesagt, sag nochmal nicht, dass man schuld ist daran, was der Partner für einen Scheiß gebaut hat, aber Selbstverantwortung, ganz wichtiger Schritt, da muss man auch keine Helme haben oder jeder, wie gesagt, jeder von uns hat seine Kanten und Ecken und man kann trotzdem ein guter Coach sein, aber das ist auch ein hartes Feedback, wo man ist, das ist so, ne, und dann sollte man wirklich aufpassen, egal ob man ein Coach ist oder nicht, dass man nicht in so eine Opferhaltung verfällt und sagt, ja, die jetzt nicht sagen, dass du das machst, aber, also ich fand das richtig interessant und, aber gut, das ist halt, also das, das ist ja auch wieder der, weiß nicht, einhunderttausendste Hinweis, was ich schon so oft sehe im Leben, dass das, was auf Social Media gezeigt wird, dass das häufig nicht das ist, was zu Hause passiert, so, ne, das ist auch schade irgendwie, aber, naja, ja, genau, was denkt ihr dazu? Guckt auch gerne mal in die Libeship-App rein, wie gesagt, da gibt's mehr Umsonst-Sachen als auf der Webseite, zum Beispiel meine Energiebooster-Trogens, mich würde auch wahnsinnig interessieren, für Leute, die die Android-App haben, ob die innerhalb der App meine Kurse kaufen können, ich habe leider kein einziges Android-Gerät, ich kann das einfach nicht checken irgendwie, überhaupt, und außerdem würde mich sehr reizen, was ihr, wofür ihr euch interessiert, schickt mir gerne eine E-Mail, schreibt es über das Formular auf libeship.de, wenn ihr Fragen habt oder Reaction-Materialien, ja, Leute, wenn ihr irgendwas anders haben wollt, oder eine Kursidee, ja, kann mich mal wieder, kommen wir wieder ein neues Feedback aufnehmen, bald kommt der Libeship auf Englisch raus, mein erstes Buch, und irgendwas wollte ich noch sagen, ja, dann überlege ich, ob ich so eine Dating-Coach-Ausbildung anbilde, online dieses Jahr, das ist noch so Thema, aber irgendwas wollte ich noch sagen, keine Ahnung, keine Ahnung, jetzt geht es erstmal, jetzt geht es erstmal auf die Fan-Meile, glaube ich, und, ja, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr euch mal denkt, ich wollte noch irgendwas, wollte ich noch sagen, aber ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf, egal, finden wir euch nächstes Mal ein, bis bald, ciao ihr Lieben.